Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute ein Schnäppchen von Himmola und sage etwas zum Sitzkomfort, zu den Vor- und Nachteilen und zwar aus der Serie Cumuli 4537 als Sofa-Gruppe 2er mit Verstellung Manuel, Herzwaage-Position, nein, Wall-Free-Beschlag, Entschuldigung Manuel, Wall-Free-Beschlag und Dreisitzer Star in Leder Longlife Soft Knight, das merkt man ein softes Longlife Leder, sehr pflegeleicht toller Sitzkomfort, Hochlehner, hier ist nichts verstellbar okay, aber ich habe trotzdem eine gute Position kann natürlich auch hier gut liegen aber das Komfortsofa ist das kleinere Sie sehen schon hier, den Beschlag der hat hier eine Schlaufe, ich ziehe dran dann kommt der raus, sehr gut und jetzt kann ich mich nur nach hinten lehnen schauen Sie, ich habe nicht viel Platzbedarf nach hinten und kann hier oben das noch ranziehen und habe jetzt einen Top-Sitz also besser geht es kaum und das Ding kann bis zu 15 cm an der Wand stehen wunderbar, ich kann in jeder Position hier anhalten kann mir es richten so kann ich einen schönen Abend verbringen so geht es zurück dieser Sitz kann das gleiche zack, zack ganz einfache Technik super Sitzkomfort, nicht zu weich, nicht zu fest Hochlehner ich finde es ein ganz klasse Modell aber Nachteil sehr teuer zweiter Nachteil Sie brauchen Platz der Dreisitzer hat 2,9 Meter und der Zweisitzer 1,69 Meter dazu kommt noch die Ecke mit 90 cm also brauchen Sie ungefähr 3 Meter auf 2,50 Meter Platz aber dann ist das eine super Komfortgarnitur für jemand, der Hochwertigkeit schätzt und auch liegen will Advertising aus einem Kundensterno haben wir, Profi-Schnapp.de derzeit diese Schnäppchen online geben Sie oben rechts ein 4,5,3,7 dann kommen Sie zum Angebot wenn Sie die Garnitur live erleben wollen freue ich mich auf Ihren Besuch Freitag, Samstag hier in 72186 Empfingen direkt an der Bodensee Autobahn Profi-Schnapp.de bitte merken Dankeschön, hier tut es Reinhard und Tschüss